Hallo und herzlich willkommen hier zu Monster Hunter Rise, meine Freunde. Wir haben noch eine Dorfquest offen und die werden wir jetzt versuchen hinzubekommen. Das ist nämlich eine ordentliche Quest. Sie wird schon als schwer beschrieben. Ja, ihr seht, was man dafür leisten muss. Das wird jetzt, das wird knackig. Aber, das bringt ja alles nichts, das müssen wir ja machen. Gut, wir nehmen uns mit. Das, das, das. Das nehmen wir noch mit. Bup, bup, was nehmen wir noch mit? Ah, hier, den nehmen wir noch mit. Und die nehmen wir auch noch mit. Dann gibt es hier noch ein letztes Mal. Gut, und schon würde ich sagen, geht's los. Es werden jetzt drei der wundervollsten Monster werden, die es hier so gibt. Als erstes, mein absoluter Liebling, der Raja. Der Super Saiyajin unter den Monstern. Der Broly einfach schlechthin. Gut. Gucken wir mal, wie wir abschneiden. Ich hoffe mal, dass wir nicht sterben. Aber wir werden es sehen. Ihr könnt mir ja jetzt mal in die Comments schreiben, wie oft ihr glaubt, dass ich hier verkacke. So, was machst du? Den macht er. Dann macht er seinen Grab. Ja, dieser Punching Attack, ne? Ich heile mal lieber. So, jetzt kommt seine zweite Phase. Grab. Welche Schärfe muss man eigentlich haben, um durch seine Arme in dieser Form hindurch zu kommen? Wisst ihr das? Könnt ihr mir das mal sagen? Weiße Schärfe, oder? Oder geht das gar nicht vielleicht? Dass er so ein Badass ist, dass da keine Schärfe durchkommt? Was hast du vor? So, was hast du vor? So, ein paar Haken. Linke, rechte Haken. Und da liegt er. Da liegt er! Die Pussy. Das schöne ist, die machen sich halt auch gegenseitig Schaden. Das heißt, wenn er ihn hier jetzt mit seinen Bombenhagel trifft, kriegt er hier auch Schaden. Das ist schön. Andererseits muss man natürlich jetzt auch auf zwei auf einmal, also gleichzeitig aufpassen. Das ist wiederum nicht schön. So, jetzt haben wir ihn mal hier sein Horn gestutzt. So, er hat uns auch gesehen. Lol, er ist einfach durch die Wand durch. Hier geht's. Hier geht's. Oh, da. 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 Oh. Ah, ich wollte gerade blocken. Ich feiere das so sehr, dass die sich hier auch gegenseitig treffen und verbrennen und whatever machen können. Kann man die auch so ein bisschen gegeneinander ausspielen, aber hält sich halt auch alles in Grenzen, ne? Jetzt müssen wir aber darauf achten, dass wir hier nicht getroffen werden. Da ist nämlich so ein Ding und ich will hier raus. Bob, er kriegt ein paar auf die Glocke. Junge, wie viel Leben hast du denn, Rajang? Du bist hier in einem Dorfquest und keine Gildenquest, Alter. So, Kakarot. Ich würde mir ganz gerne eine von seinen Stromattacken ins Gesicht kriegen. Das wäre jetzt ganz toll. Ich feiere das, wie die sich gegenseitig hier fertig machen. So, gib mir mal noch ein Zip hier. Ein Zippy. Tag Team. Ein bisschen arbeiten die auch zusammen, aber nur ein bisschen. Da wieder nicht. Können die eigentlich auch zu dritt hier drin sein? Bis jetzt waren hier immer nur maximal zwei drin. Da ist er auch schon fast dort. Uff. Deger. Er fuckt auch einfach ab, ne? Junge. Oh ja. Oh ja. Oh nein. Jetzt ein bisschen Schaden machen hier. Schade, dass man nicht als Rajang kämpfen kann, ne? Also, so ein Spiel, wo man ein R ist. Und einfach alles wegschnetzelt. Gut. Jo, jo, jo. Natürlich, komm, gib mir noch mehr. Warum nicht? Wo ist das? Ich hab's mit. Ich hab's mit. Ja. Ich hab's mit. Ich hab's mit. Das. Ich hab's mit. Ah, Rage Mode. Okay, der Erste ist tot. Ah, lass mich in Ruhe. So, schnell den Sippy nehmen. Ich glaube, wir können ihn ausnehmen, ausweiden. Ich glaube, wir kriegen das hin, ohne hier irgendwie in die Bedrohle zu kommen. Zu sterben. Ich glaube, das macht eh... Ist eh scheißegal. Weil das alles Low-Rang-Sachen sind, sehe ich... Nee, doch nicht, ist Plus. Gut, dann würde ich hier doch noch ganz gerne hier so ein bisschen... ...einen mir nehmen. Das war's auch. Jo. Plunge Attack. Aber er ist riesig, ne? Oder ist er so groß? Ich weiß gar nicht, ich habe schon so lange nicht mehr gegen ihn gekämpft. Zwei, drei Wochen? Auf jeden Fall. Naja, bleibt genau so, mein Freund. Oh, ich dachte, er will irgendwas machen. Er hat ja auch dieses Little Bits Gesicht, ne? Dieser riesen Körper und dieses Mini-Gesicht. Naja, komm, mach, mach, was du machen möchtest. Do it. Okay. Plunge Attack. Jo. Gut. Ich habe hier jetzt schon ganz vergessen, wer denn der Dritte im Bunde ist. Aber wir werden es ja wahrscheinlich gleich sehen. Ah, der Magna Malo. Der passt hier echt gut rein. Aber ja, dann wird das wohl wirklich so sein, dass hier immer nur maximal zwei drin sein können. Ich meine, wäre ja auch viel zu schön, wenn... Ja, ich muss hier weg. Ah, dein Fuß. Äh, wenn hier drei auf einmal drin sein können. Das wäre ja anders krank. Stell euch mal vor, die zwei sind noch der Rajang dabei. Junge. Ja, komm, macht euch gegenseitig fertig. Komm. Traut euch. Greift mal jemanden in eurer Größe an. Nicht nur immer auf die Kleinen hier. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. I'm stuck. I'm stuck. I'm stuck. I'm stuck. I'm stuck. Oh, warte mal. Oh shit. Ah, ah, ah. 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 Ich kann ihn besteigen. Oh shit. Ah. Ah. Ich meine es so, ein bisschen extra damage, ne? Kann man ja schlecht nein sagen, ne? Okay, jetzt ist der Magna Malo Piss Jo Oh mein Gott, wir haben es überlebt Jo Da werde ich mal Gunst der Stunde nutzen Einmal auf entspannt wetzen Und dann einmal auf entspannt hier Einmal nachfüllen Und dann geht es hier wieder los Ab ins Getümmel Wie er auch direkt wieder aggro wird, wenn er uns zieht So, seine letzten Schuppen Explodieren Yo Oh ist er jetzt auf unserer Seite So viele Momente, wo ich gerade gedacht habe, wir sterben Echt, so viele Momente In meinem Kopf war es schon Jo Okay, er ist fast down So So Dann wird er noch einmal als Schild missbraucht von uns Er ist jetzt gleich fertig mit der Welt Dann werden wir jetzt ein bisschen den Magna Malo angreifen Weil, wie gesagt, die machen sich auch gegenseitig Schaden Und ich würde mal gucken, ob er ihn töten kann Also ohne, dass wir das machen Und, äh Gegen ein bisschen extra Damage Gegen den Magna Malo habe ich halt auch nichts gegen einzuwenden Ich würde eigentlich gegen ihn da einmal gegenlaufen Weil jetzt langsam müsste auch schon die Zeit sein, wo er nochmal Benutzt werden kann Okay weil ich glaube nämlich nicht dass sie sich gegenseitig töten können es sei denn man sitzt halt auf den drauf so ich glaube jetzt haben wir ihn getroffen gerade ja jetzt 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 geht es hier okay es ist auf jeden fall die größte größe die wir besicht haben ja er steht der leichnam schützt uns aber auch nur bis zu einem bestimmten maß so gehen wir da weg das war nicht ein freund das war dein feind muss sie nicht beschützen bitte 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 okay dann nicht ich meine wir auch ein item plus plus dazu noch ein item dazu das ist jetzt nicht so wichtig so jetzt sind noch wir beide da so ja klar wir haben ja auch einfach mal keine seilkäfer mehr gehabt jetzt kommt sie durch sie einmal richtig durch sie einmal richtig durch schade aber ich kann mich noch eine zeit erinnern da war dieser dieser sperr angriff von seinem schweif one hat bei mir schon mal schön dass das nicht mehr der fall ist aber eigentlich auch schon krank dass hier die die dorfbewohner 1 1 hunter mit drei der gefährlichsten bestien einfach in dieser arena einsperren schon ein kranker sport so 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 Chill mal. Ah Junge ich hasse ich hasse es Diese Range einfach So komm zieh durch Krann das hätte uns einfach nicht getroffen Jo So und jetzt fangen wir ihn ein Damit er wieder hier Damit er nicht sterben muss Er hat Hart gekämpft und hat es verdient Hier weiter eingesperrt zu werden Und nicht von uns erlöst zu werden Na easy Ein Def hätte ich selber nicht gedacht Das hätte ich selber nicht gedacht Kann man noch einmal wetzen Ja geil Quell ist erfüllt Okay wir jetzt noch einen Haufen Stuff Das meiste brauchen wir nicht Ich habe immer so eine Regel Dass ich immer 10 Von den Items Da habe behalte Und alles was darüber hinausgeht Verkaufe ich Man braucht halt eigentlich nie 10 von etwas Und es bringt halt echt gut 10 Da haben wir auch ein Archivement Sind jetzt Jägerrang 73 Wir müssen jetzt Jägerrang 100 werden Das ist so das nächste was wir schaffen müssen 24 Minuten haben wir gehofft Und dann würde ich sagen Sehen wir uns in der nächsten Quest Haut rein Und dann sehen wir uns in der nächsten Quest Und dann sehen wir uns in der nächsten Quest